Oh, Faddle! Was in aller Welt ist denn das für ein Krach? Na ja, es ist das Fest des Flötenden... Was? Heute ist das Fest des Flötenden, Bulubo! Was? Haha, hast du denn davon noch nie gehört? Alle Pane versammeln sich bei der Grotte der Tausend Töne, um den großen Bulubo zu wecken. Und wenn der Bulubo mit seiner Flöte ankortet, wird es ein gutes Jahr für die Pane. Interessant, aber wieso bist du nicht dabei? Na ja, der Pan-König lässt mich nicht. Er sagt, ich wäre der allerschlechteste Flötenspieler in der Geschichte der Pane. Aber egal, auf mich wartet eine andere Aufgabe. Komm mal mit! Ich habe einen Weg gefunden, alle Pane zum Fest satt zu bekommen und trotzdem noch was übrig zu haben. Toll, oder? Der Pan-König wird mich garantiert dafür loben. Könnte meine bedeutendste Erfindung werden? Hä? Ja! Und es ist immer noch Platz nach oben, ist ja klar. Ein Belüftungssystem, das hat hier gefehlt. Ich weiß schon, was ich tun muss, ganz genau. Wo ist bloß mein Hammer schon wieder geblieben? Wir wissen bisher, dass diese Krone der Schlüssel zur Regenbogeninsel ist. Aber wo ist das Schloss? Mia, wie lautet denn das Orakel? Wo niemand mehr flötet und Stille entstand, suche den Künstler, der einstmals verbannt. Das ist diesmal das Orakel. Na toll, hilft uns auch nicht weiter. Habt ihr schon versucht, diese Runden zu übersetzen? In der Tat, das haben wir. Aber sie haben nichts zu tun mit jedweder Elfensprache, die uns bekannt ist. Oh, höre ich das richtig? Ruft da jemand nach einem Experten? Äh, nein, das ist wirklich nicht... Doch, doch. Als ich ein kleiner Paar war, habe ich alles über Runen gelernt. Gut, oder? Oh ja, gelernt und gebüffelt. Alles, was es zu wissen gibt. Genau, über Runen wie diese hier. Hm. Ich habe diese Runen dermaßen gründlich untersucht, dass ich euch sagen kann... Hm? ...dass ich mich an Rheingang nicht mehr erinnern kann, was Runen anbelangt. Hm. Ah, aber der Pan-König könnte helfen. Er kennt alle Runen, die je geruhnt wurden, ja. Dann statten wir den Pan mal einen Besuch ab. Komm schon, Faddle. Du bist unser Botschafter. Wer? Etwa ich? Aber ich muss an meiner Erfindung arbeiten. Oh, es ist doch immer dasselbe. Niemand respektiert mein Handwerk. Oh, abgefahren!